Ich habe mich schon mal zurückgezogen. Ich bin nicht mehr so oft rausgegangen. Ich habe einfach gemerkt, mir fehlt so ein bisschen dieses Lebensgefühl, diese Lebensqualität. Ich muss sagen, es hat mich jetzt überwältigt. Der Unterschied ist einfach unfassbar. Ich habe mich schon mal zurückgezogen. Der erste Blick mit Haarsystem im Spiegel war ein wahnsinnig Weltenunterschied auf einmal. Einfach es ist Jahre her, sich gesehen zu haben. Ich muss sagen, es hat mich jetzt überwältigt. Der Unterschied ist einfach unfassbar. Der Haarausfall hat bei mir vor vier bis fünf Jahren angefangen und hat sich dann immer mehr ausgeweitet. Ich habe irgendwann dann realisiert, ja, entweder du machst was oder du lässt die Glatze. Was mich bei OC überzeugt hat, war halt von Anfang an diese offene Art, diese willkommene Art, dass man sich nicht dafür schämen muss, dass man Haarausfall hat, weil das ist letztendlich wie eine Krankheit. Man wird da einfach mit offenen Armen willkommen geheißen. Wenn du gerade das Video siehst, dann denk nicht nach und pack deine sieben Sachen und mach das, zieh das durch, weil es ist es einfach wert.